Hallo und Herzlich Willkommen, hier ist Veniman LP und ihr seht Minecraft im Multiplayer mit Alex und Kati. Hallo. So, ich überlege mir gerade ernsthaft, wie ich hier weiterbaue. Das ist nämlich schon eine schicksalhafte Entscheidung hier. Dam, dam, dam. Ja, so in der Arsch. Den Schicksal wird davon abhängen. Das könnte wirklich sein. Da sind zwei Skelette. Skelette, der wirklich ist. Ich denke, ich hätte auch ein Gästezimmer oder nicht? Nein. Auf dem Dachboden. Wir wollen kein Gästezimmer. Auf dem Dachboden, ne? Ich glaube, ich habe ihn auch schon gefunden. Oh, ich mag Ozeane. Ja, lass mal Boote bauen und so Bootsrennen darauf veranstalten mit so Bojen, die man so umrundet und so. Das wäre doch voll witzig. Ja, und bau mal schnell Bojen dahin. Ey, lass mir eine Baumplantage machen. Haben wir doch da oben. Ja, aber so, so. Das ist ja nur provisorisch. Ist ja nur provisorisch hier oben, das alles. Auch der Mond. Weil langsam wird es etwas voll, ne? Ja, irgendwann machen wir... Ja, muss ich halt erfahren. Äh, oder, ähm, sammelt doch einfach ein paar Sätzlinge und schmeißt in die Kiste. Genau, das wäre auch eine Methode. Okay. Ey, Alex, oder sollen wir oben noch irgendein cooles Zimmer hinmachen? Oder da können wir unser Lager hinmachen. Ja, das machen wir ja in ein externes Gebäude. Ich wäre dafür, dass wir das irgendwie... Also das Lager müssen wir definitiv mit, äh, diesem, äh... Nein! Claims-Safe-Teil machen. Womit? Was ist das denn jetzt? Ich bin nur gerade runtergeflogen. Entschuldigung. Ich meine, wenn irgendwelche, ähm, ich will jetzt hier nicht sagen Deppen, aber doch irgendwelche Deppen auf die Idee kommen, ähm, hier so, äh, unser Haus zu zerstören, dass dann wenigstens unser Lager immer noch intakt ist. Ja, ich bin gerade zum zweiten Mal hintereinander an derselben Stelle vorm Dach gefallen. Ich sollte mir ernsthaft Gedanken machen. Aber ihr habt aufgepasst, dass, äh, in euren Videos, äh, die Surviving nicht da ist, ne? Jo. Natürlich, haben wir aufgepasst. Einmal wäre uns... Doch, da... Einmal wäre uns fast der Fehler unterlaufen. Einmal wäre dir fast der Fehler unterlaufen, weil ich hab's direkt gemerkt, als ich das Video angeguckt hab. Zum Glück, was du der erste Video war. Das war wirklich gut. Das war Glück. Glück für dich, andern werde ich dich verklagt. Warum hast du dich eigentlich nicht gemeldet? Ich hab dich übelst oft angeschrieben, bei allen möglichen Plattformen, wo ich dich habe. Wann? Heute? Stimmt, ich hab dich bei WhatsApp blockiert. Achso. Achso. Warum denn das? Just for fun, weißt du? Schreibt er dir auch immer so sinnlose Nachrichten wie, ha, 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 und das geht dann so 10.000 Mails, also so Nachrichten lang, und dann irgendwo, ah, 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 das nervt total. Kann mir mal jemand helfen? Ich hab noch zweieinhalb Leben und hier sind zwei Skelette. Dann bist du wohl. Dann, 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 dann. Wie viel Rohstoff hast du mit? Welche davon kriegst du? Äh, ziemlich viele. Ein paar, ein paar Holz, ein bisschen Dreck, ein bisschen Fleisch. Also, ich dachte, alles an Eisen, was wir haben, also kann jetzt mit jemand kommen? Kati, kannst du ihn retten? Äh, ja, ich hab keine Ahnung, wo Dings ist. Und ich hab keine Waffe. Ich bin in der Mine, ich bin in der Farm. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ich hab keine Ahnung, wo die Farm ist. Also, ich hätte hier ja schon eine Farm. Hier hinten, hier unten, hier. Achso, dort. Wo ist hinten oben? Kati, ich schreite zur Tat. Nicht. Eigentlich doch. Wer von euch hat eigentlich den Lautsprecher so laut? Ich hab keinen Lautsprecher an. Und keine Kopfhörer. Ich hab einen Kopfhörer auf dem Ohr. Ich hab hier einen Mini-Bunker. Verdammt, ich hab keinen Rottensflash mehr. Ich hab aber noch vier Fleisch dabei. Mama 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 ja 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 Mom Mom das spielt eigentlich heute um Fußball und keine Ahnung das weiß ich echt nicht durch die Städte ich doch gegenseitig interessiert sich aber auch nicht ich weiß hast du etwa Fußball ja das passt Alex damit hast du gerade total beleidigt ich mag Fußball nämlich nicht das wüsste ich aber also es ist der Fußballverein das halte ich ein bisschen schmachköpfig das genau so wie andere Leute am Zocken zu gucken auch auch also alles was die hier machen als sie alle die sie sind noch mal also alle die Prozent was gerade gesagt alle die deine Videos gucken sind schmachköpfig ein das war ein Scherz das war nicht ernst der LX pass auf guckt nicht diesen Enderman an ich zocke den da selber nein ja den da ich hab grad leicht ver wer war das kackt da draußen hab ich da so ne lärmige Hupe gehört das war wohl mein Bruder er hat Loll ich höre gerade die gerade rumschreien aber ähm ich höre sie nicht mehr über Skype nein nein ich hab dich gerade nicht über Skype gehört also ich höre jetzt wieder ne jetzt wieder ja warum hast du so rumgeschrien ne nein 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 das weiß gar nicht wer denn ich nix guck mich nicht so an hey was meinst du denn ich hab mich so rumgebrüllt ich hab überhaupt niemanden rumbrüllen hören ich auch nicht und ich weiß nicht Alex hat Gespenster Alex hat Angst vor Gespenstern? Das wüsste ich aber Alex hört Gespenster, Mensch Er fürchtet sich aus dem Vorgespenstern Ja Was? Aber er hat ein Skill von so einem Gespenst Ich bin Hero Brian, du Depp Das ist doch nicht Hero Boy Das ist Hero Brian Das ist nicht Hero Boy Der heißt Galaxy Destructor Hero Brian oder so Mist Und wenn man mal in die Augen guckt Dann ist das Hero Brian So was wie ein Baumanzug Mit Blut vor der Linse Würde ich das jetzt interpretieren Oh, war das gerade ein Donner? Bei einem von euch? Sag mal, bin ich zu sehen Bin ich bei euch jetzt hier eigentlich Äh, wieder bei dem Haus? Bei unserem? Äh, ich seh dich gerade nicht Aber ich kann auch nicht nach dir ausschauen Die Leiter ist defekt Ja, ich weiß Ich bin eigentlich, bin ich direkt vor dir Ich hab, ach Du bist unter mir Ähm, ich hab nämlich, ähm Bei der Leiter Das ist so ein crazy Ding Da ist was schief gelaufen Denn ich hab eine Leiter zu wenig gehabt Das sägt mich auf Ich hab mir vorgenommen, das gleich zu ändern Das hab ich nur erstmal gemacht Damit ich hier den Dachboden Schnell noch fertig machen kann Hier oben drüber Mach ich so eine Art Geheimvorsteck Du, Vincent Ich glaub, ich hab ein Problem Warte hin Ich glaub, das hat jetzt hier abgekackt Der ganze Server? Nö Der Server läuft noch Ja Ich beende mal für mich hier die Aufnahme, ne? Ähm, ja Und ich glaub, ich mich neu ein Sind ja sowieso noch zwei Minuten gewesen Ach ja Und ich muss zugeben, bei mir leckt's gerade auch ganz schön Bei mir auch Ich baue Sachen ab und die sind dann wieder da Ja, das ist manchmal nicht so Serverkram eben Ja, jetzt bin ich wieder ohne Ähm, braucht jemand noch Holz? Immer Ich grad nicht Soll ich mal anfangen, eine Baumplantage zu machen? Ja Scheiße, da ist wieder ein Skelett Unterhalb des Berges könnte man das gut machen Da ist schon wieder so ein dampfes Skelett Ja, irgendwie da Hier wäre fast schon wieder an derselben Stelle wie 20 Mal zuvor auch untergefallen Da unten oder so Da, wo die Terrasse ist, da runter oder so Ja, unter der Terrasse, das wäre am geilsten Nee, aber das müsste man irgendwann wegmachen, weil wir da ein Swimmingpool hinmachen wollten Alex So, das waren die neun Minuten Tja du Dann, ähm Verabschieden wir uns mal Bis zum nächsten Mal und haut rein Tschüss Drei Tschüss Eins Okay Tschüss Drei